Innovation, Produktion und Handel sind mittlerweile untrennbar mit der Sportwelt verbunden. Die Sport Business Days sind ein Fixpunkt im Kalender der Sportwirtschaft. Ende Juni traf man sich im Landessportzentrum RIF, um sich in entspannter Atmosphäre mit Geschäftspartnern, Kollegen und Kunden auszutauschen. Sport ist in unserer Zeit ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Daher haben gerade die Sport Business Days eine große Bedeutung erlangt. Die Sport Business Tage finden heute das neunte Mal statt. Es ist eine Zusammenkunft von Leuten aus Sport und Wirtschaft. Wir haben eine Plattform begründet vor mittlerweile neun Jahren, die einfach als Bindeglied zwischen dem großen Faktor Wirtschaft und Sport dient. Und da kommen immer hochkarätige Experten, Referenten zusammen. Und heuer waren wir eben in RIF, im Sportzentrum in RIF. Wir haben die Sport Leading Company Verleihung gemacht. Wir haben zu aktuellen Themen und Trends im Sport- und Wirtschaftsbereich echt schöne und gute Vorträge gehabt. Und wir sind bestätigt worden, dass wir diese Sport- und Business Tage auch im nächsten Jahr, im zehnten Jahr, wieder in Österreich durchführen. Besonderes Augenmerk liegt in der Nutzung von Synergien und Potenzialen, die Sport und Wirtschaft bieten. Salzburg gilt als eines der innovativsten Bundesländer Österreichs, was die aktuellen Studien belegen. Wir sind da hervorragend international positioniert. In den letzten zehn Jahren sind allein im Bereich der Sportgeräte und Trainingsgeräte 422 Patente in Österreich entstanden. Zum Vergleich, in Deutschland etwa 2000, da sind wir relativ stärker als die Deutschen. Salzburg gehört zusammen mit Vorarlberg zu den innovativsten Bundesländern, was Innovationen im Sport und in der Sporttechnologie betrifft. Hunderttausende Arbeitskräfte finden im Bereich des Sports, sei es in der Sportartikelerzeugung oder der Forschung und Entwicklung, eine Beschäftigung. Weiters sind tausende Menschen im Ausbildungsbereich der Sportwissenschaften, wie zum Beispiel als Trainer oder Therapeuten tätig. Der Sportartikel Industrie und Handel sitzt in unserem Verband an einem Tisch und der VSSÖ sieht sich so als Kommunikationsplattform für Handel und Industrie. Und da kriegen wir eigentlich so ziemlich alles mit, was in beiden Bereichen passiert. Und wir sind, wie gesagt, dafür da, dass der Handel servisiert wird, von der Industrie servisiert wird. Und Innovationen sind wichtig, die braucht der Handel, braucht aber auch die Industrie, damit der Handel funktioniert. Wir brauchen sie aber auch, damit wir die Kinder, die Jugend zum Sport wieder bewegen. Die Zertifikationsverleihung für Österreichs führende Unternehmen im Sport durch die Sport Leading Company ist eines der Highlights der Sport Business Days. Also das Ziel der Unternehmung der Sport Leading Company ist im Grunde, die besondere Stellung der Sportunternehmen in Österreich einmal vor dem Vorhang zu holen und auch die besondere Stellung dieser Unternehmen einmal auszuzeichnen und zu zertifizieren. Wir haben ja in Österreich die Situation, dass Sportunternehmen ganz besonders zur Wertschöpfung von Österreich beitragen. Und das ist das Ziel der Initiative, dass man diese Unternehmen einmal, ja, wie gesagt, vor dem Vorhang holt und zertifiziert als Sport Leading Company, als führendes Unternehmen im Sport in Österreich. Abgerundet wird der Sportwissenschaftlicher beisammen sein am ersten Sport Business Tag mit dem Genuss eines saftigen Spanferkels. Die Gäste sind von der Idee, Sport und Business zu kombinieren, begeistert. Also ich habe die Veranstaltung als sehr innovativ und sehr erfrischend erlebt. Man sieht, dass da ein neuer Zunder drinnen ist. Also genau das, was die Veranstaltung verkauft, ist halt da passiert. Einfach die Innovation einmal, der Innovation die Ehre zu geben. Nicht den ausgetretenen Wegen, sondern wirklich auch den Leuten, die etwas Neues machen, die neue Wege gehen, wirklich auch die Ehre zu geben. Und das gefällt mir. Ja, es ist eine wunderbare neue Idee, neue innovative Idee und Wirtschaft und Business und Sport zusammenzubringen. Das betrifft uns alle. Wir sind alle Menschen, die Sport betreiben, Menschen, die einkaufen. Ja, und wenn es dann Betriebe gibt, die dafür ausgezeichnet werden, weil sie sich besonders engagieren, Innovatives zu bringen. Ja, und uns im Sport zu unterstützen, dass wir begeistert Sport machen, ist einfach nur was Tolles.